Da sind wir auch schon wieder direkt im Anschluss weiter. Ich bin gerade in einem kleinen Marathon. Wir haben... Oh, 4 Uhr! Wir sind in der letzten Folge, hat sich alles überschlagen. Wir sind in Thor. Also wir haben Thor erreicht und haben dort die Zeitreismaschine gefunden, sind in der Zeit zurückgereist, haben dort draus aus Mauer gegeben und dann plötzlich alles eingestürzt. Meteoritenhagel, Typ aus Zukunft, noch eine Zeitreise und alles. Hallo. Sammlerstücke zu sammeln ist momentan der letzte Schrei. Möchtet ihr etwas über die Sammlerstücke erfahren? Wie der Name schon sagt, sind Sammlerstücke-Items, die man sammelt. Alte Namen, denen ein rotes X voransteht, sind Sammlerstücke. Sammlerstücke sind nur für fantastische Sammlerwetter. Daher bringen sie auch keinen hohen Preis ein, wenn man sie verkauft. Aber sie lassen das Herz eines jeden Fantaschisten Sammlers Schlänger schlagen. Hier, ihr könnt das haben. Schwarze Karte. Ja, die Touch Quest. Hm? Die Statue? Kann man kaufen. Und? Aber ich glaube nicht, dass sie irgendjemand haben will. Hey. Das ist nicht die Statue aus dem Gasthaus in Tolthos? Ich denke, du hast recht. Willkommen. Vergangenheit, der Zukunft. Freude. Holy crap. Vielen Dank. Yay. Zukunftsholto ist. Und so. Die Kirche steht noch. Eine Kröche. Das ist der Fall. Das kann man hier verkaufen. Nein, die werden wir nicht verkaufen. Das kann man verkaufen. 150.000 Gold. Du kannst weg. Also das war's. Buch. Will auch kaufen. Kaufen. Damals geschwert. Packen wir mit ein. Wie teuer bist du? 34.000. Dort steht ja noch. Ich bleibe bei Schwerter. Nominierter Wogen. Zwei niedrige Gewänder. Okay. Kreuze. Zwei Spitzhüte. Ne Handschuhe. Okay. Ausrüsten. Ähm. Ja. Ähm. So. Da sollten wir eigentlich alle gut fit sein. Ähm. Mitrige Wand. Ähm. Du hast deinen. Amelierten Wogen. Wow. Ähm. Verkaufen. Eisenhelm. Kettenhemd. Ähm. Wohnenstab. Weg. Äh. Äh. Ist ja noch weg. Nein. Die Caps brauche ich doch noch. Strohgut. Kurzburgen. Silbergewand. Mondsichel. Und wir haben wieder ein bisschen Geld. Ich will mit allen Leuten in der Zukunft reden. Es gibt dort draußen immer noch magische Brüche und Beschwörungsformeln, die gefunden werden wollen. Ich werde glücklich wenigstens Einspruch zu finden. Ja, und jetzt bringt das eigentliche Abenteuer. Hurra. Wenn ich groß bin, werde ich Wissenschaftler. Und dann arbeite ich im Euclid Forschungslabor. Äh. Hallo. Huchliebe ist zu fischen. Du rauchst. Hallo. M-m-m. Oh, große Martell. Bitte beschütze unsere Welt. Seid ihr Reisende? Mögen die Götter über euch wachen. Ich danke euch. Liebe in Einklang mit der Natur. Das ist das, was Martell, die Göttin der Erde, uns lehrt. Äh. Hallo. Ich habe gehört, dass in Euclid jeden Tag Kampfturniere abgehalten werden. Offenbar suchen sie jemanden, der Daraus besiegen kann. Hm. Es ist von Vorteil, dass nun weniger Monster hier herumlaufen. Wusst so? Jester, hast du hier nicht mal gewohnt? Dann will ich ausräumen. Oh, du bist ein Schwertkämpfer, du kannst das haben, dort in der Kommode ist das. Ich bin nicht in der Lage, das zu verwenden. Wollte es schon wegwerfen. Da. Ist das Buch der geheimen Technik? Demonic Tiger Blade. Wait. Demon Fang und Tiger Blade, glaube ich. Was war das eigentlich? Chris. Ähm. Demonic Tiger Blade. Ja. Können wir schon. Ähm. Super, du hast es übertrieben und nun sieh, was passiert ist. Er wollte unbedingt am Kampf durch dich teilnehmen und hat nicht auf mich gehört. Kann man dich heilen? Oh, 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 mein armer Rücken. Ähm. Kann ich irgendwie? Kann ich irgendwie? Nein. Nein. Äh, Nurse, nein. Äh, Recover, Cure, no. Ich dachte, ich kann dir mal irgendwie ein bisschen helfen. War schon mal so gut, dass wir uns hier umgesehen haben. Hm, der Stoff, Miguel. Ich habe gehört, dass in Euclid hin, na ja, genau, du weißt das. Sei mehr mit dem Herzen dabei. Au. Der ist im Weg. Aua. Tut das weh? Nein. Ähm. Die Miguel-Schule ist seit ihrer Gründung beachtlich gewachsen. Ich trainiere hier draußen, weil es drin zu voll ist. Was zum Himmel? Ähm. Aua. Haut mich nicht. Willkommen in der Miguel-Schwertkampfschule. Möchtet ihr euch hier einen Schreiben oder nur umsehen? Wir bieten auch Probestunden an. Miguel-Schwertkampfschule. Frage mich, ob ich diese Schule gebaut habe, nachdem ich in die Vergangenheit zurückgekehrt bin. Letzene Zeit schreiben sich immer mehr Schüler ein. Tvilo-Ringe haben das Kampfdonnier-Neuklid im Auge. Und wie ich hörte, ist der Preis nicht zu verachten. Ach so. Du musst ein talentäter Schwertmeister, äh, Schwertgabe. Wie wäre es, wenn du ein wenig unserer Schüler trainieren würdest? Na gut, dann kommen wir, geht jetzt zur Aufnahmeprüfung. Möchtest du die Regeln hören? Ja. Du musst mit fünf meiner Schülern die Klingen kreuzen. Wenn du alle fünf besiegen kannst, verleihe ich dir den Titel amtierender Meister. So soweit, ja. Sehr gut. Hier ist dein erster Gegner. Gegner Nummer 1. Fangt an. Gegen Lehrling. Ist das nicht ein bisschen unfair? So, magisches Auge. Was kannst du? Wurde kein Problem sein. So, den töten wir schnell. Ohne einmal getroffen zu werden. Yes, I did it. Komm, der nächste. Es ist noch nicht vorbei. Gegen Nummer 2. Fangt an. Einen Fechter. Den will ich aber vorher auch nochmal nachgucken. Ey, brauche mich nicht. 6800, okay. Du kannst schon mal ein bisschen mehr. Aua. Börst du bitte mal auf. Ich habe dich gewarnt. Und tschüss. Immer schön an die Wand mit dir. Stell dich an die Wand. Ein braves Mädchen. Aua. Könntest du bitte aufhören. Zurück an die Wand. Ich habe es geschafft. Nummer 2. Fehlen nur noch 3. Das ist noch nicht vorbei. Gegner nur noch 3. Ein Veteran. Der müsste schon über 10.000 haben, oder? Ist jemand bei mir gewachsen? 12.000. Zurück an die Wand. Bleib da an der Wand. Wird sich noch nichts brechen. So keine großen Gegner. Aua. Hörst du bitte auf. Sock an die Wand. Aua. Aua. Stirb. Rüfft du bitte auf. Sterbst du bitte endlich. Dankeschön. Ich glaube, ich sollte mal gleich einen Mischke schmeißen. Yay. Level up. Cool. Das ist noch nicht vorbei. Nummer 4. Offizier. Oh Gott, die werden ja mal stärker. Ähm. Wir nehmen auch noch mit. Kannst du? 18.000. Ähm. Orangengel. Orangengel. Mischke. Zurück an die Wand. Er lernt es aber auch nie. Und wir haben Biest gelernt. Das heißt, wir können Biest endlich wegnehmen. Und können mal gucken. Demonic Swallow Kick, Demonic Sword Train, Demons Spear. Ähm. Phoenix Sword Train. Ja. Ähm. Machen wir das dann. Ähm. Wir packen Ammoor kurz Aegis Strike rein. Aegis Strike. Genau das Ding. Oh Gott, tut ja weh. Oh mein Gott. Was, schon fertig? Das reicht aber nicht. Komm wieder, wenn du noch mehr trainiert hast. Ähm. Okay. Jetzt kannst du wiederbeleben. Nein, du kannst es nicht wiederbeleben. Ähm. Holy Crap, hat der mir gerade Schaden gemacht. Ähm. Fähigkeiten, Mint. Ähm. Wir machen das ein andermal. Wenn wir etwas stärker sind. Letzter hat mich doch ein bisschen auseinandergenommen. Ähm. Mädchen, komm, geh. Der Ort hat sich verändert, aber die alte Brücke ist noch da. Hm. Okay. Ich wollte mich dafür. Wow, ich hab da einen Vogel angesprochen und alle fliegen weg. Wow. Martell! Martell! I need to talk to you. I need to talk to you. I need to talk. What is going on here? Fadumto, kakio. Ähm. Okay, wir sind alle abgehauen. Okay, wir sind alle abgehauen. Ja, die fickt man alle. I did it. I did it. Wow, ich hab 6 Erfahrungspunkte. Ähm. Ich brauch nur noch einofa. Ich muss noch die anderen lernen. So, wo haben wir denn? Rising Phoenix, da. Martell! Okay, Martell, Martell. Nicht anwesend. Motel keine Lust Gegner aber große Fische jetzt mal kontrollieren 150 Torchment Overkill Wir sind trainiert Hallo Chester 10 Erfahrungspunkte Ach du Himmel Chester was soll ich nur mit dir machen Musst dich jetzt komplett hinterher ziehen Gehen wir weiter Mein heiliges Licht ist ausgelaufen Wir gehen mal oben lang Gleich ist her was Neues Na la 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 Amber Indignation Oh Dünger Oh die drei weg Verdammt hätte ich die scannen können Jetzt ist es auch zu spät Na na mal Gott Amber Tschüss Schön dass du auch tröst Einmal Yay 1525 Erfahrungspunkte Hallo Chester Neuer Spruch für Mint Chester hat den Titel Schütze Suddenly Jester Plötzlich Level 10 Äh Mint Was hast du gelernt? Power Power Hammer Lämmt die Gegner durch einen gigantischen Hammer der auf seinen Kopf fällt Okay Okay Warum nicht mal auf Power Hammer zurückgreifen Nimmel Das war's mit dir Und du gleich hinterher Nein Nein Das ist meiner Verzieht euch Oh Gott Oh Gott Level Up für Chester Oh wer hätte es gedacht Oh Was soll ich noch mit dir machen Da ist sie Da ist sie Da ist sie süße Da ist die coole Mega Westmo 9 Mega Westmo 9 Holy Shit Das hier Hab ich sie schon gespinned? Glaube nicht Äh Amber Judgement Die da Alle auf einmal Judgement Die da Alle auf einmal Wats Wats Yes you won So nach der Folge werde ich jetzt auch gleich ein Poisschen machen So Ist irgendwas Hm Aha Seht euch das an Das wäre eine schöne Aussicht Schaut euch diese Kiste an Ist das nicht schön? Oh ja Erfrischend Ja Da vergisst man für einen Moment den Kampf Hey Wo willst du hin Chester? Na Ich bin nur wegen dir hier draus Also Wollen wir dann gehen? Ja Chester hat den Titel Leidenschaft Ich wusste doch, dass es sich hier sicher ausgeht Zauberpuppe erhalten Genial Ich hab gemacht Chester Äh Amber Warte mal hier mal gucken Distortion Da Distortion Und tschüss Und einmal One Hit Kill So mitnehmen Äh Rechten Thunderblade Wollte reichen Oh Für dich nicht So Wir springen einfach von Ecke zu Ecke Wir springen von Level zu Level zu Level Level zu Level Level up für Chester Hurra Mal gucken Mal gucken was der Titel Wo ist die Beschreibung vom Titel Jemand geleitet Jemand geleitet von starken Gefühlen Der ehrenhafteste aller Männer Ja Wir wollen aber nach Euclid So Aber bevor es hier weiter geht In der lustigen Stadt Ich hoffe die Folge hat euch gefallen Wenn ja gebt mir ein Däumchen Das wäre ein Träumchen oder ein Kommentar Bis dahin Leute Bis dahin Bis dahin Bis dahin